Aber im Zusammenhang mit Ricarda Lang, und das ist Ihnen deshalb übel genommen worden, weil Sie gesagt haben, dass sich ausgerechnet Ricarda Lang traut, das Volk in Ernährungsfragen erzieherisch lenken zu wollen, das macht mir persönlich Angst, weil die Politik wird für uns Komiker immer mehr zur echten Konkurrenz. Ich habe über Ricarda Lang noch nie einen Witz gemacht, über ihre Körperfülle. Aber wenn Ricarda Lang sich hinstellt und uns versucht, als Volk sozusagen in Ernährungsfragen pädagogisch zu betreuen, da bekomme ich Zweifel, ob ich es mit einem Experten zu tun habe. Dass 92 Prozent dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood, für ungesundes Essen ist. Und das dritte Thema, das ich ansprechen möchte, ist auch in Bezug auf Kinder und Familien. An kindergerichtete Werbung trägt stärklich sehr stark in den Alltag von Kindern ein, bis hin ins Kinderzimmer. Und während wir wissen, dass Kinder bei dieser Werbung besonders empfänglich sind, ist es im Moment so, dass 92 Prozent dieser Werbung, die Kinder im Internet und Fernsehen wahrnehmen, für Süßigkeiten, Snacks und Fastfood, für ungesundes Essen ist. Wir müssen verhindern, dass das langfristigen Einfluss auf die Kinder hat und da wie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir klare Regeln schaffen und da dafür heute einen Vorschlag vorgelegt. Wir greifen mit diesen Regeln Eltern unter die Arme. Denn an vielen Stellen können Eltern ihre Kinder hier nicht alleine schützen und brauchen unsere Unterstützung. Es gab bisher schon viele freiwillige Selbstverpflichtungen, die haben aber, das muss man sogar klar sagen, am Ende zu keinem Ergebnis gefühlt. Deshalb brauchen wir endlich auch klare Vorgaben und klare Regeln. Wir wollen Familien unterstützen, damit Kinder gut aufwachsen können. Und wir merken auch, dass es, wenn es um den Schutz von Kindern gibt, viele Menschen in diesem Land die Erwartung haben, dass der Staat hier über Verantwortung benimmt und die Jüngsten in unserer Gesellschaft unterstützt und schützt. Das heißt, verbindliche bundeseinheitliche Richtlinien und Regeln entlasten die Familien und sie bedeuten weniger Druck auf die Eltern an der Supermarktkasse und so mehr Unterstützung für Familien.